Oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott! Das nenne ich eine Latte Macaccio-Kondetsche mit Milch-Uli. Wir kennen es aus dem deutschen Fernsehen. Wir haben dramatische Musik, wir haben dramatischen Text, wir haben dramatische Darstellung und eine dramatische Kameraführung. Und jetzt geht es darum, der Verlockung zu widerstehen, das Klischee zu bedienen. Ein Satz, der geschrieben steht wie, oh Gott, das ist ja schrecklich, muss nicht unbedingt so gespielt werden. Er kann auch so gespielt werden, das ist ja schrecklich. Ein kleines schauspielerisches Wunder findet nämlich statt, wenn du zum Beispiel beim Anblick der Leiche auf dem Küchenboden zu lachen anfängst. Probier's aus, dafür sind Proben da. Ja, Rollenarbeit bedeutet für mich, die Texte auf den Kopf zu stellen, die Worte hin und her zu wenden und zu drehen und zu kneten, solange bis der Text zu dir gehört, deins ist. Dann geschieht möglicherweise ein kleines Wunder und es entstehen dazu noch Geheimnisse. Geheimnisse im Schauspiel sind nicht unwichtig. Dabei helfe ich dir. Es geht um dich. Geheimnis im Schauspiel 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 Geheimnis im Schauspiel